willkommen bei der seo profi academy in unserem google my business intensivseminar einem kurs für einsteiger und gelegenheitsnutzer von google my business gibt es unglaublich viel praktisches wissen rund um das lokale online marketing für kleine und mittelständische unternehmen wie gelingt lokales online marketing überhaupt was ist wichtig welche maßnahmen müssen getroffen werden welche google tools können uns dabei helfen wie trägt google my business zum erfolg zum lokalen und regionalen erfolg eines unternehmens bei was lässt sich innerhalb der google my business plattform optimieren wie richtet man das ein dass man dort erscheint wie pflegt man den account wie schafft man es innerhalb von google maps einträgen ein gutes ranking zu bekommen außerdem klären wir was sonst noch so wichtig ist im lokalen online marketing ja was spielt wie wichtig ist suchmaschinen optimierung was spielen branchenbücher für eine rolle und welche offline aktivitäten können uns dabei helfen online mehr sichtbarkeit zu erreichen gerne beantworten wir hier auch fragen zu google analytics zur google search konsole wir erklären wie man google alerts ganz geschickt nutzen kann und was all die social media plattformen wie facebook pinterest instagram und twitter zu unserem online erfolg als kleines und mittelständisches unternehmen beitragen können wir versprechen ihnen eine angenehme lernatmosphäre immer in kleinen gruppen sie erfahren praxisnah und kurzweilig alles was für sie wichtig ist unsere offenen seminare führen wir garantiert durch selbst wenn sich tatsächlich mal nur einer anmelden sollte sie kriegen schriftliche kursunterlagen sie kriegen sie digital und wenn sie möchten bekommen sie sogar ein zertifikat schon über 150 leute haben unsere kurse im internet positiv bewertet also jetzt gleich online anmelden ganz einfach über seo profi berlin de slash seminare